Ich lebe noch hier, Feiner! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donald Riebel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du, Reggie, ein neues Loch machen willst! Wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück nach dieser Sache mit der Kuh. Oh, Kühe! Ja, Kühe! Oh, so viel Kühe! Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck mal, guck! Wir... Wir dachten nur, wollte bloß reden! Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde! Doch, natürlich! Du hast doch gegen ihn gewettet! Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet! Ich... Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne! Ihr meint Schwede! Ich dagegen hab dir vertraut! Hab auf dich gesetzt, Freund! Sieh's dir an! Und das teile ich natürlich gern mit dir! Äh... 60-40 40-60? 30-70 Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient. Nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest... Oh, sehr beeindruckend! Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp! Das war voll Gladiator! Ich würd sagen, voll 300! Ihr zwei haut jetzt ab! Raus aus meinem Haus! Ich zieh hier wieder ein! Und leg dir euch noch einmal mit mir an! Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi! Tütchen? Raus! Klar! Gib uns ne Sekunde zum Packen! Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst... Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist ne tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kürat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauer-Szene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nö, nicht im geringsten. Es war ein netter, alter, äh, Guru, der uns die Glubsch-Augen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kürat. Des alten Kürat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kürat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dorthin. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kürat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns ne Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten, Baubart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaub, wir haben uns damit ne Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Ja. Ich bin ein paar Blüten. Ich bin ein paar Blüten. Ich bin ein paar Blüten. Es ist von zum thematräglich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was ist das?